Das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen. Wir wollen vor Verunreinigungen schützen. Wir wollen davor schützen, dass es toxische Beimengungen gibt. Wir wollen davor schützen, dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen. Wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Wir wollen die Drogenkriminalität zurückdrängen. Wir wollen die stetig zunehmende Toxizität der Produkte in den Griff bekommen. Somit wollen wir kein Problem schaffen, sondern ein ungelöstes Problem wollen wir helfen zu lösen.